Mein letztes zu erstellendes Objekt wären jetzt noch ein paar Dreiecke. Ich hole mal mein Teil hier wieder rein. Wie ihr seht habe ich alles immer schön zwischendurch abgespeichert. Das möchte ich jetzt wieder reinholen. Da ist es auch schon. Wir können hier die Dreiecke gestalten. Dazu gehe ich mal ein bisschen weiter in die Mitte und werde mir hier in der Mitte eine Röhre reinholen. Die Röhre bekommt folgendermaßen. Im Objekt beginne ich mit einer 2, dann einer 3,5. Was haben wir noch? Das lasse ich erstmal. Jetzt eine 1 und die Höhe auf 2. Das lasse ich auf 1. Jetzt kommen wir zu dem was ich gelassen habe, nämlich den Segment der Umfang. Den setze ich hier mal auf 3. Mache somit aus meiner Röhre ein Dreieck. Wir wollten ja Dreiecke machen. Des Weiteren in Koordinaten PZ auf 0,7. Jetzt rutscht alles ein Stück hoch und im Winkel werde ich es noch ein bisschen verdrehen auf 30. Das ganze Teil wird kopiert. Sdrg einmal hier runterziehen und die Kopie bekommt in Objekt hier eine 0 und hier unten drunter eine 1 reicht. Beide Objekte jetzt auswählen und erstmal konvertieren mit Taste C und dann verbinden und löschen. Jetzt muss ich die Achse nochmal bearbeiten. Ich komme hier mal auf Winkel. Die Achse muss bearbeitet werden. Ich muss die Position Z wieder zurücknehmen auf 0 und natürlich auch den Winkel wieder zurücknehmen auf 0. Jetzt kann es in der Position verschoben werden. Achse bearbeiten und herausnehmen. So eine Schwachstelle bei mir vergesse ich oftmals. Modell bearbeiten ist ausgewählt. Ist in Ordnung. Kann ich in der Position jetzt beginnen zu verschieben. Auf einen Wert von 16,52 in Y. 16,52. Damit ist es schon mal angehoben. Und MZ-Wert auf eine Position von 304,745. Und es ist hier irgendwo gelandet. Nicht irgendwo, sondern da wo ich es hin haben möchte. Genau da muss natürlich auch im Winkel noch bearbeitet werden. Winkel P bekommt bei mir eine 32,9. Jetzt liegt es so wie ich es haben möchte. Ich hole mir wieder meine Achse bearbeiten. Lege den Winkel erstmal auf 0. Und dann auch die beiden Sachen auf 0. Alles ist auf 0. Die Achse bearbeiten und wieder herausnehmen. Und meine Röhre kann vervielfältigt werden. Das mache ich wieder mit meinem Werkzeug. Duplizieren. Da habe ich alles dann noch drin. Na. Meine Röhre ist mir die Selektion abgehauen. So. Wie gesagt, da ist alles noch drin. Das ist das schöne beim Duplizieren. Es bleibt immer alles erhalten. Ich brauche jetzt einfach nur auf zuweisen klicken. 18, Kreis und Ende 45. Jupp. Und schon sind meine Copies erstellt. Normalerweise den hier werden mit reingelegt. Aber da wird sowieso gleich gelöscht. Also. Auswählen, was ich nicht brauche. Einmal den. Entfernen. Den entfernen. Den hier auswählen. Shift-Taste drücken. Und mal ein paar mehr auswählen. So. Den hier auch gleich. Und entfernen. Überall da, wo die Zacken unten drunter sind, brauchen wir keine Dreiecke. Das heißt dann, dieses auch nicht. Und dieses nicht. Und dieses nicht. Und auch entfernt. Hier haben wir noch jede Menge, die raus können. Das hier. Das hier. Und das. Die zwei müssen wir stehen lassen. Und die beiden müssen wir jetzt noch raus. Und übrig bleiben, im Prinzip, bloß 5 Stück. Von 18 Kopien. Die jetzt auch zusammengebracht werden. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Mit verbinden und löschen. Wenn wir die zusammenbringen. Objekte verbinden und löschen. Jawohl. Ich hole mir wieder. Das hier ist meine Deckfläche. Beziehungsweise mein Belag. Das ist meine Dreiecke. Ein Buhl. Lege meine Röhren in den Buhl. Lege meinen Belag in den Buhl. Mein Buhl sagt, er macht mir eine hohe Qualität. Finde ich toll von ihm. Jetzt macht er es. Dann soll er auch die neuen Kanten verstecken. Buhl wird konvertiert. Kaste C. Unter Objekte mit ausgewählt. Verbinden und löschen. Unser Polygon Monster ist fertig. Kann jetzt noch im Kreis vervielfältigt werden. Dazu hole ich mir von mir aus mal wieder ein Buhl-Grab. Ich habe einen Klon. Hatten wir lange nicht. Ich lege meinen Buhl da rein. Und sage dem Klon, ich möchte das Ganze bitteschön. ein Radialklon. Ich möchte eine Anzahl von 8. Dann geht Radius auf 0. Und weiter brauche ich eine Ebene von XZ. Und schon habe ich alles hier schön drauf. Der Klon kann ausgewählt werden. Konvertiert werden. Die Unterobjekte können mit ausgewählt werden. Und mit Verbinden und Löschen zusammengebracht. Mein Klon ist erstellt. Schön. Ich hole mir mal eine Symmetrie. Weil hinten möchte ich es auch gleich mit drauf schmeißen. Symmetrie. Sie bekommt eine Spiegelebene XZ. Den Klon da rein. Damit ist es auch hinten drauf. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Ja. Und meine Symmetrie wird konvertiert. Taste C. Unterobjekte mit. Ausgewählt. Verbinden und Löschen. Alles zusammenbringen. Symmetrie in den Innenring legen. Dem Innenring. Und Symmetrie verbinden und Löschen. Innenring umbenennen. Innenring Punkt 1 umbenennen in den Innenring. Haben wir jetzt hier den Innenring. Hier haben wir den Glyphen Ring. Und in meinem Nullobjekt liegt noch alles andere, was ich vorne gestaltet habe. Das hole ich mir jetzt mal raus. Das Nullobjekt hatten wir bloß im Ausblenden vorhin. In den letzten Videos dann generiert. Nullobjekt brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir hier alles, was wir erstellt haben. Und auch einzeln vorliegen. Ist für manche einen wichtig, wenn er texturieren möchte. Gerade hier wie bei dem Chevron. Die Lampe unten drunter. Wenn da jetzt noch eine Beleuchtung rein soll. Auch bei der eigentlichen Lampe. Und die Lampe hinten. Die werden ja getrennt. Also hinten tut sich nichts, wenn es vorne leuchtet. Deshalb muss man das auch getrennt texturieren können. Deshalb haben wir das gemacht hier. Zwei Objekte gelassen. Damit ist mein Stargate vorne erstellt. Ich mache nochmal einen Testrender. Wie eingangs schon erwähnt haben wir mit der Erstellung des Dreiecks. Hier ist auch das letzte Objekt auf der Frontseite des Stargate erstellt. Was jetzt noch bleibt, ist die Kehrseite der Medaille. Also die Rückansicht. Hier hinter dem Glühvenring befindet sich dann noch ein Segment. Das sieht dann so aus. Hier nochmal ein Referenzbild aus meinem Modeling. Also das besteht auch wieder aus einem Segment. Aus dem dann Vierecke und Linien im Prinzip ausgebohlt wurden. Ich drehe das hier mal um. Um das nochmal zu zeigen. Also hier hinten kommt jetzt noch ein Deckring drauf. Oder ein Segmentring, wie ich mal bezeichnen möchte. Das sieht dann so aus. Es besteht also aus dem Ausschnitt einer Röhre. Und aus diesem Ausschnitt wurden Segmente ausgebohlt. Und auch Vierecke und Linien ausgebohlt. Das Ganze wird dann später nochmal in eine Symmetrie gelegt. Und die Symmetrie dann in ein Array. Und wir haben hinten den Segmentring gestaltet. Und wie das alles im Einzelnen geht, zeige ich dann in den folgenden Videos. Ich mache hier auch mal einen kleinen Ränder schon mal vorne weg. Und man sieht, wie das alles dann aussieht, wenn es fertig ist. Okay. Wie gesagt. Dem widmen wir uns dann in den nächsten Videos. Den Segmentring. Den Segmentring. Und wenn bei den S portfäremchen. Es gibt solche Sprache.